Der städtische Kindergarten Aalsteiger in Vullingen ist nun mit dem Beki-Zertifikat ausgezeichnet worden. Dabei steht die Abkürzung Beki für die Landesinitiative Bewusste Kinderernährung. Das Team des Kindergartens arbeite eng mit der Landesinitiative zusammen, um passgenaue Ernährungskonzepte für die Kinder zu entwickeln und die Ernährungsbildung in den Alltag der Kinder zu integrieren.